hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren runde ace of spades heute keine mal dabei aber diese runde wird wunderbar wenn ich denn ein server finde auf dem nicht schon genug sind so das sollte doch klappen grün wieso bin ich hallo ich wollte grün beitreten ich will grün beitreten ok also irgendwie funktioniert das hier gerade nicht und wir suchen uns einen neuen server naja mit problemen muss man halt rechnen und aber man muss sie trotzdem versuchen zu verhindern zombie gehen wir mal den zombies zu und die letzten zwei minuten sind auch schon angebrochen in dieser runde wie ich es gerade sehe und ich renne extrem langsam und die überlebenden die werde nicht weit kommen denn ich bin ja schon längst unterwegs diese 20 grad draußen die schlagen wir noch aufs gemüt ja es ist zwar schön wenn es warm ist aber mir ist das etwas zu warm ehrlich um ehrlich zu sein hey du penner so bist du erstmal weg ich komme so mache ich hier erstmal paar nein nein das ist nicht wahr ja zombies los was waren das denn gerade für geile geräusche das tipp ist ja geil so internet fortsetzt zack ja kann passieren oh mein internet zacks auch zurzeit aber nicht mehr lange nicht mehr lange bald ist das schlimmste sozusagen überstanden oh letzte minute da ich kriege dich ja so da habe ich ihn der schnappt sich doch hier sicher irgendwo hin schnappt sich hier irgendwo hin ich meine kämpft sich hier irgendwo hin ach wie geil wie geil eh nicht schlecht oh schade schade fast hätte ich ihn bekommen und wir suchen uns sofort einen neuen server denn einfach nur hier so rum zu sitzen und nix zu machen ist etwas langweilig und jetzt und jetzt gehen wir zu block ness unserem lieblings freund ein dicker fetter dinosaurier wo alter diese dieser sniper strahl gerade schon angst gemacht nicht da komm her oh wo 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 zwei sniper nebeneinander schnapp schade achtung hinter dir hinter dir hinter euch sehr nice sehr nice natürlich wo ich ihn abschießen will ist er natürlich weg das gibt es auch nicht so die erst mal beide weg genutzt richtig ach schade habe ich nicht bekommen schade also ich finde das machte ziemlich spaß wenn ich denn mal treffen würde aber man kann ja nicht alles haben drum wird eigentlich in die hände gespuckt ja jetzt wird wieder in die hände gespuckt gesteigen das wurde sozialprodukt so kraft stein ist explodiert springt der gewaltige karti leertaste alter von allen seiten das ist nicht fair ich brauche leben leben komm her da blöcke super die brauche ich natürlich nicht da leben super perfekt hat doch geklappt jetzt gehe ich mal hinter ihren spawnen dann sollen sie mal sehen was sie davon haben ihr müsst doch das von sein denke ich mal letzte minute wo kommst du wo habe ich mich gerade erschrocken so komm her komm her wo was für ein schuss na klar tbeck mit der mich erst mal die alte saftbanane dieser händchen koin schwitzer dieser bratkartoffen pümmler so juhu ich bin maurermeister ich habe wohl als einziger gebaut das war schon wieder eine nette runde doch jetzt geht's sofort weiter und nein ich will keine herstellen sondern schon wieder auf eine joinen es geht schon wieder los die zombies greifen an es ist irgendwie blöd dass man das dann immer sofort zu wenig zeit da ist da ich muss sind die richtung gar weg hatte ich komme gerade nicht durch da scheiß überleben also wirklich da haben wir einen grünen kackstreifen da boah alter konnte ich im wasser nicht springen das ist ja schrecklich das ist ja schrecklich was machen wir denn da machen wir denn da machen wir denn da so immer ganz langsam da rein vielleicht sehen die mich dann nicht vielleicht sehen die mich dann nicht aber mit sniper mann so das ist das fies ist das fies jetzt weiß ich gar nicht was ich dazu sagen soll so schnell hin komm 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 zieh 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 ich werde es nicht schaffen okay das ist extrem cool dämlichen safterscher kümmer ich mich jetzt um die anderen überlebenden die sind jetzt alle da nach einer super das kann ja heiter werden was für ein sniper was für ein sniper und sie werden es nicht mehr lange überleben sie werden es nicht mehr lange überleben und alle sind weg wir haben es geschafft wir haben es geschafft diese runde die wird heftig das weiß ich jetzt schon so denn jetzt jetzt wird gesnaped bleibt mich erschrocken. Vielleicht wird sie doch nicht anders, diese Runde. Aber, wenn sie nicht anders wird, dann werde ich sie anders